Hallo, mein Name ist Carolina und ich möchte heute mal über meine Erfahrungen über Instant Jeans berichten. Mein Leben ist bisher nie wirklich rund gelaufen und ich habe viele Baustellen gehabt, in der Familie, auch beruflich und es war, sagen wir mal so, schon verbesserungsbedürftig. Als ich im Internet Daniel Weinstock entdeckt habe und seine Methode, habe ich mich auf die Suche gemacht, eine Anwenderin zu finden und da habe ich bei Frau Riane Antoni eine wunderbare Frau entdeckt, die mich empathisch, feinfühlig, mit ganz viel Mitgefühl durch diese drei Sitzungen geführt hat. Es hat mich nach der ersten Sitzung schon etwas geschleudert. Es war so eine Achterbahnfahrt gefühlsmäßig, hat sich ganz viel gelöst. Ich habe mir sehr viel Ruhe gegönnt, aber es wurde jedes Mal etwas leichter. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es gleich nach vier Wochen alles gut war. Es war ein Prozess, auf den habe ich mich eingelassen, aber das Ergebnis ist, dass ich mich jetzt locker, leicht, ruhig fühle. Mir geht es wesentlich besser, alles ist viel leichter geworden, mich triggert vieles nicht mehr gleich an und ich stehe gelassen im Leben, mir geht es seelisch und körperlich gut. Und zum krönenden Höhepunkt habe ich jetzt auch noch meine Liebe gefunden, nach vielen, vielen Jahren wieder ein Wiedersehen und das ist das Schöne dran und ich schaue jetzt ganz gelassen in meinen Lebensabend. Und ich danke nochmal Frau Liane Antoni für dieses wunderbare Coaching. Ich kann es nur empfehlen.